Willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Warum haben wir eigentlich weltweit, und nicht nur weltweit, sondern tatsächlich bei vielen auch, in unserem eigenen Leben, in unserem eigenen Zuhause, vielleicht mit den Menschen, die wir lieb haben, auch so viel Chaos? Der Grund ist tatsächlich, dass wir süchtig sind. Tatsächlich süchtig sind nach Problemen. Wir sind süchtig nach Probleme. Und das zeigen wir auch, jeden Tag aufs Neue, indem wir uns zum Beispiel wecken lassen mit Nachrichten, indem viele von uns als erstes den Fernseher einschalten oder das Radio morgens, um die täglichen Nachrichten zu schauen. Wenn ihr euch die Nachrichten anhört, dann werdet ihr sehen, dass 99% der Nachrichten sich tatsächlich auf Probleme richten. Es ist eine Abhängigkeit, die wir selbst kreiert haben. Ja, Abhängigkeiten kreieren wir immer selbst. Ohne, dass wir es merken, sind wir abhängig von Problemen. Tatsächlich gibt es keine Probleme. Probleme existieren nicht. Und einige von euch werden jetzt sagen, ja, aber das ist ja super locker und leicht gesagt, denn mein ganzes Leben ist eine Aneinanderreihung von Problemen. Nein, ich kann eine andere Perspektive haben auf meine Probleme. Ich kann sagen, und das versuche ich ja immer zu tun, es gibt keine Probleme, sondern es gibt nur Herausforderungen. Und das ist eine Möglichkeit, diese Situation, das, was gerade hier angekommen ist, ist eine Möglichkeit zu wachsen, ist eine Möglichkeit, etwas zu verändern, an etwas zu arbeiten. An etwas zu arbeiten, was wichtig ist für mich, was wichtig ist, damit meine Seele wachsen kann. Und jetzt werden auch wieder viele von euch sagen, ja, aber das will ich gar nicht. Ich will ein bequemes Leben. Ich will meine Dinge tun, die ich gewohnt bin. Ich will meine Routine haben, meine Ordnung, morgens meinen Kaffee und dann will ich zur Arbeit fahren. Und ich möchte da keine Veränderungen darin haben, keine Dinge, die nicht vorgesehen sind. Ja, aber so funktioniert das Leben nicht. Deswegen sind wir nicht hier. Wir sind nicht hier, um abzusitzen, um geboren zu werden, zur Grundschule zu gehen, Kindergarten, Grundschule, weiterführende Schule, vielleicht zu studieren oder eine Lehre zu machen und dann die ganzen Jahre für jemanden zu arbeiten und dann irgendwann in Rente zu gehen. Hurra, hurra, endlich die Rente und dann noch ein paar Jährchen davon zu genießen, manche kürzer, manche länger und dann zu gehen. Nein, es steckt natürlich wesentlich mehr hinter der ganzen Geschichte in unserem Leben, als das bisschen, was wir hier erleben. Es geht um uns. Es ist in unserem Inneren. Unser Inneres, das ist die eigentliche Herausforderung. Es ist niemals von außen. Es kommt niemals von außen ein Problem. Es kommt auch niemals von außen eine Lösung. Wenn eine Situation kommt, die wir dann Problem nennen, ja, es gibt keine Probleme, sondern nur interessante Situationen, die ich bewältigen kann oder woran ich arbeiten kann, dann ist das immer vom Schöpfer niemals eine Strafe, sondern immer ein Geschenk. Der Schöpfer denkt nicht in Strafe. Der ist einzig und alleine Liebe, Positivität. Das heißt, er gibt uns auch immer nur die Dinge, die wir gerade brauchen, um daran zu arbeiten. Und manchmal ist das wahnsinnig schwer. Ich weiß es selber auch. Wenn ich einen Job verliere und ich habe gerade richtig viele Ausgaben und Weihnachten steht vielleicht auch vor der Tür und ich will Geschenke kaufen, dann ist das in dem Augenblick für mich gefühlt die Katastrophe. Da kann ich zwei Dinge tun. Ich kann in diese Opferrolle hineingehen. Ich kann mich selbst bedauern. Ich kann auch böse sein auf die anderen, warum ich gerade den Job verloren habe. Oder ich kann wirklich anfangen, bei mir zu analysieren, warum ist das passiert. Ist das vielleicht ein Zeichen dafür, dass ich noch etwas anderes tun sollte? Ist es ein Zeichen dafür, dass ich aus den Puschen rauskommen sollte? Was zeigt mir diese Situation? Und ja, es gibt auch ganz, ganz große, ganz schlimme Situationen, wo ich denke, ja, das wünsche ich niemandem. Aber auch das. Und das hat manchmal, und das sehen wir aber nicht, wir sehen oft nicht das ganze Bild, manchmal hat das gar nicht direkt mit uns zu tun, sondern vielleicht mit den Menschen, die um mich herum sind. Natürlich möchte ich als Eltern meine Kinder vor allem schützen. Auch vor schwierigen Situationen, auch vor schwierigen Erfahrungen. Ich möchte, dass meine Kinder diese Erfahrung gar nicht machen möchten und machen müssen. Ja, gibt es Eltern, die sagen, ich möchte, dass es meinen Kindern besser geht. Jedes Elternteil möchte, dass es den eigenen Kindern besser geht. Besser gehen heißt aber nicht, dass sie, wenn ich aus einer kleinen Wohnung komme, wo fünf Geschwister waren, dass ich dann meinem Kind die Situation ermögliche und sage, okay, du musst jetzt in einem großen Haus wohnen, ganz alleine. Nein, besser gehen heißt, dass ich meinem Kind auch tatsächlich die Werkzeuge gebe, damit es mit solchen Situationen umgehen kann. Und das heißt nicht, dass ich dem Kind die Situationen aus seinem Leben wegnehme. So funktioniert es nicht. Es gibt keine Probleme. Es gibt immer nur Situationen, in denen ich mit Freude, ja, wenn es auch schwer fällt, mit Freude nach einer Lösung suche, wo ich wirklich anfange, daran zu arbeiten. Und wir tun uns selber so oft weh, ja, wir missbrauchen uns selbst, indem wir wirklich dann die Frage stellen, ist ja, wenn ich den Job verloren habe, ja, viele von uns sagen dann, ja, warum ich? Warum bin ich diejenige, die gehen musste? Warum hat er mich jetzt rausgeschmissen? Ich habe doch alles richtig gemacht. Jetzt kommt ein Hüsterchen wieder. Es ist Herbst. Warum ich? Das sind die Fragen, die wir uns dann alle stellen. Warum ich? Das ist Selbstkasteiung. Das ist Quatsch. Das hat nichts mit mir. Es ist keine Strafe. Natürlich hat es etwas mit mir zu tun, weil es für mich auch ein Zeichen ist, weil das ein Geschenk ist für mich. Aber es hat natürlich in der Firma gar nichts mit mir zu tun. Ja, obwohl wir es dann machen. Warum musste das passieren? Warum muss mir das passieren? Warum bin ich diejenige, die so ein schlimmes Schicksal hat? Stopp, stopp, stopp. Das ist Missbrauch. Missbrauch von mir selbst. Ich missbrauche mich selbst. Ich tue mir selbst weh. Nein. Das ist die falsche Frage. Das ist die falsche Frage. Die Frage sollte ich mir gar nicht stellen. Denn es gibt ganz viele Situationen im Leben, wo es gar nicht um mich persönlich geht, sondern wo eine Situation ist, ja, wenn jetzt eine Firma schließt, ein Geschäft oder was, dann verlieren ganz viele den Job und ich bin eine von vielen, dann kann ich sagen, bitte Gott, warum ich? Nein. Die andere Frage wäre, helf mir. Nicht die Frage, sondern die Forderung. Wir dürfen auch fordern. Wir dürfen nicht nur an Gott Fragen stellen, wir dürfen fordern. Ja, das will er sogar. Hilf mir. Ich will raus aus dieser Situation. Ich weiß, die Situation ist da, damit ich wachsen kann. Die Situation ist in meinem Leben. Ich finde es fürchterlich. Ich brauche jetzt wirklich erstmal eine Woche, wo ich erstmal ausruhe, wo ich vielleicht auch weine, wo ich mit der schwierigen Situation versuche, das ein bisschen zu verarbeiten und ich will auch schreien. Ich bin in einer Situation, wo ich das erstmal sacken lassen muss, aber dann will ich daran arbeiten und ich brauche deine Hilfe. Ich fordere deine Hilfe, denn ich bin dein Kind und deswegen hast du auch wirklich, hast du wirklich die Aufgabe, mir zu helfen und ich bin bereit, alles zu tun, was ich tun muss, was du mir sagst, was ich tun soll, damit ich rauskomme. Ich bin bereit, zuzuhören. Ich bin bereit, das zu tun, aber ich brauche deine Hilfe. Ich fordere die Hilfe. Das ist die Art und Weise, wie der Schöpfer möchte, dass wir mit ihm reden. Und ihr werdet sehen, wenn ihr das tut, kriegt ihr Hinweise, bekommt ihr Hilfe, aber heißt natürlich nicht, dass ich nichts tun muss. Es heißt Aktion. Es heißt etwas unternehmen. Es heißt etwas tun. Und vor allen Dingen, raus aus dieser Opferrolle. Raus aus dieser Rolle, dass ich das nicht ändern kann. Raus aus dieser Rolle, dass das ein riesengroßes Problem ist. Es gibt keine Probleme. Sie existieren nicht. Probleme ist immer nur das, was ich mir in meinem Kopf einbilde. Wir haben Herausforderungen, die haben wir zu bewältigen. Deswegen sind wir hier. Wir wollen wachsen. Deswegen sind wir hier. Jeder Einzelne von uns hat sich dazu entschieden, hier auf diese Erde geboren zu werden. Jeder Einzelne von uns hat einen Vertrag unterschrieben. Ja, es ist ein Vertrag, der sagt, ich werde in diese Familie hineingeboren, mit diesen Geschwistern, diesen Großeltern, in diesem Ort. Und wenn es am Ende der Welt ist, ich habe diesen Vertrag unterschrieben. Und einige werden jetzt sagen, ja, aber unterschreiben denn einige den Vertrag, zum Beispiel in Indien, in den Slums geboren zu werden? Ja. Ja. Und das können wir mit unserem kleinen Mini-Hirn, mit unserem kleinen Mini-Menschenverstand natürlich nicht verstehen. Weil wir nicht das große Ganze sehen. Letztendlich ist das hier alles ein Film. Letztendlich ist das hier alles eine Situation. Ja. Die geht vorbei. Und dann sind wir da, wo wir herkommen. Ja. Und da gibt es keine Urteile, Vorurteile, Verurteilungen. Da gibt es keinen Streit. Da gibt es nur Liebe. Da wollen wir hin. Aber wir sind noch nicht da. Deswegen haben wir den Vertrag unterschrieben. Und deswegen sind wir noch hier. Und deswegen versuche ich euch da ein bisschen Mut zu machen auch, dass ihr wirklich an euch selbst arbeitet und euch nicht in der Opferrolle seht. Danke, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag.